Herzlich Willkommen im Treppenhaus vom Kunsthaus Bregenz. Wir befinden uns auf der Terrazzostiege zwischen zwei Stockwerken. Man muss sich vorstellen, zwei Betonwände, aber wir haben Tageslicht im Raum. Ober der Glasdecke kommt Tageslicht in den Raum herein. Die Glasdecke übernimmt die Form der Terrazzostiege. Der Handlauf schmiegt sich der Stiege an. Ein Detail im Treppenhaus ist die Betonfuge zwischen Betonwagen und Terrazzostiege. Sie wird aus dem Ausstellungsbereich aufgenommen. Wenn der Besucher die Betonwand anfasst, könnte er meinen, dass sie geschliffen ist. Aber sie ist nur gewaschen. Das Treppenhaus bietet jedem Besucher die Möglichkeit, in sich zu gehen und den Geist für das nächste Stockwerk zu öffnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017